Musik Ja, das wollen wir doch mal direkt sagen, hm? Ich meine, das kann ja nicht angehen, sowas. Der ganze Tag hier nur der Hund am Bellen sein. Also nein, 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 nein. So nicht. The dog lady. Your dog is making horrible noise. Can't you do something? Your dog is making horrible noise. Can't you do something? It's probably because your wretched cat's upset him again. Poor William. I'd better check on him. Hab dafür. William, komm zurück, mein kleiner Prinz. So, die finde ich erst mal los. Sehr gut. Are you sure the cat will be alright? Please. These cats can easily outrun some old mud. Genau. So, jetzt machen wir hier mal den Weg frei, hm? I'm going to push this cabinet out of the way. I remember there was a door behind it. It's too heavy. I don't think that's gonna work. Are you kidding me? I'll show you how it's done. Stand back. Superkräfte. There. The door, everyone's forgotten about. Hm. Wow. You're stronger than you look, Mrs. A. Yeah. Perhaps I am. Haha. Ah, wollen wir mal runter gehen in den tiefen Keller. Dunkel. Pipes. Water supply for the whole building can be switched off here. There's no need to do that now though. Extension cord. Oh my god. Ach so, eine mehrfachsteckdose Verlängerungs-Dings. Ja, das ist doch schon mal was. It hasn't been used for many years. All flats have central heating these days. It can't be opened by hand. I need a crank. Haben wir doch. Hm, passt. Tja, Kohle. It's filled with coal. Heh, dirty stuff. Hm. Tin of paint. It's red. The color of blood. The lid is stuck. Dried up paint is holding it firmly like glue. I'll need some tool to prise it open. Kommas mitnehmen? I'll take the tin once I've managed to open it. It's no use. Of no use to me right now. Okay. And a sign. Quiet heaven. Haven hotel. Never heard of it. What is this sign doing down here anyway? Suing dummy. Hmm. I think I've got an idea. I know how I could pay Brian back for all that he's done to me and the cats. Brian? The guy from flat six, right? Yes. Brian. That nasty piece of shit. He deserves to be punished, you know. And this wedding dress will be perfect for this. Is that so? You ever heard the legend of the cat widow? The cat widow? No. I can't say I have. Well, you're not from around here. But I'm sure Brian knows it. He grew up in this city, just like me. So, what's it about? It's an old story about a ghost cat who takes a human form to haunt her killer. Wow, that's pretty crazy, Mrs. A. Do you really think we can pull it off? Yes. Yes, of course. We just need to prepare. A good costume will do the job. This dress, we can alter it. We'll need some red paint, too. Are you sure about that? I promise this will work. And it will give us a chance to check his computer. If he's got one. Okay. So what do we need? Well, basically, we need three things. Tin of red paint. Red paint? There's a tin here. We could use that. Mutilated black dress. The dress will make a great costume. We just need it in black. Also, it should look damaged. That's important. Cat Widow is a ghost, after all. I'll need some scissors for that. We need some kind of mask. I don't want him to recognize me, obviously. Take dress. Futsch. Black is my color. I like it so much better now. I think I actually like it better in black. Still, it needs to look old and turn up for it to work as the cat widow's dress. Okay. Okay. Wie machen wir denn die Koolen auf? Okay. So what do we need? Well. Okay, das... Ja, ja, komm. Nein, das will ich nicht noch mal alles sehen. Bing. Ja, ja, ja. Skip, skip, skip. Komm, komm, komm. We need... Ähm... Können ich damit was anfangen? Hey, damit kann ich mal vielleicht an dem Loch rumstochern schonmal. Oh. Noch besser. Willst du sie nachflogen? Ich stehe hier und schaue mich. Gute Idee. Ich werde so schnell wie ich kann. Los mit sie. To us. It's not her. I didn't find anything. No computers, no laptops, no telephone line. Okay. I'm not really surprised. Are you? Hm. No. At least we can now cross her off the list. Zack, zack. Zack, zack. Let's go. Haben wir schon mal ordentlich aussortiert hier. Jetzt will ich hier noch mal gucken, ob ich da mit dem Besen irgendwie rumpröckeln kann in dem Loch. In der Decke. What's that? What the use? I'll try to catch that thing for you, alright? Zack. It's a statue of a cat. How nice. Also, da ist ein weiterer Wacko, der mit Katzen in diesem Haus beschäftigt ist. Schön. Schön. Was ist denn das für ein Ding? Ein schwarzer Porzellan. Oh, wie spricht man das denn aus? Porzellan? Porzellan? Oh, ein Katzen mit einer Öffnung. Es wäre nicht aus dem Platz in meiner eigenen Flamme. Aber ich habe wahrscheinlich genug von diesen bereits. Shake. Es scheint, da ist etwas drin. Ist da jetzt der Schlüssel drin für die Wohnung? Zack, Schlüssel. Haha. Was ist ein wunderschönes Hütungsplatz? Was ist mit dem guten alten Türkei? Ich sehe, dass ich diese Statue nur so, dass du es in Bisschen konntest. Danke. Ich erinnere mich nicht, dich zu fragen, etwas zu holen. Seid doch nicht so zickig, ihr beiden. Ja, da gehe ich doch nochmal da hin. Wobei ich jetzt, ach, ich habe mich wieder so hin und her gerissen. Jetzt gucke ich mal einmal in meine Wohnung vielleicht rein. Ob ich da den, äh, jemand finde, um den, die Farbe aufzumachen. Geht gar nicht. Oder wie? Geht gar nicht. Gut, dann hat sich das erstmal erledigt. So. Use. Hm, das hier ist die Demo. Das ist die Demo. Come on in. The place seems empty. Hm. So. Hm. Not blind. Besides, I know it's there. We saw it from the floor below. Let's have a look around. There's got to be a computer here somewhere. I really don't like this place. Yeah. It's rather creepy. 666 What a shame, can we go now please? I think I've seen enough, I don't need any more trouble No, it's OK, I've got an idea, it seems it's a similar model to mine, I'll just go back to the flat and bring my power lead I don't know, you sure this is going to work? I think so, at least we'll give it a shot Bleib hier und ich werde wieder zurück. Warum gehen wir nicht zusammen? Ich mag wirklich dieses Ort nicht. Du hast gesagt, du hast diesen Mann nicht gesehen. Seit Jahren. Er wohnt wahrscheinlich nicht hier mehr. Schmerz. Nichts wird passieren. Ich werde wieder zurück, bevor du ihn kennst. Ich bin ein Idiot. Aber gut, ich warte hier. Während ich weg bin, denk an ein Vegetable. Was? Warum? Um sich zu verabschieden. Ich bin sicher, wie ein Vegetable du denkst, wenn ich zurückkomme. Also, du bist jetzt eine Mindreader? Nein. Das ist nur ein kleines Experiment von mir. Wir denken an eine Tomate. Ihr dürft auch gerne an irgendwas anderes denken. Tja, wenn man das wüsste, ne? Das Telefon klingelt, oder was? Hat es auch schon wieder aufgehört zu klingeln, ne? Es sieht ziemlich alt. Sie machen sie nicht mehr so. Nichts mehr. Mal anmachen. Ein bisschen Fernsehen gucken. Äh. Na, vielleicht auch doch nicht. Ah! Right. I'm done waiting. I need to leave. Right now. Ich verstehe mich so an. Disgusting. Rotten food is scattered on the table. Looks like someone made a meal and barely even touched it. Above the desk, the wall is covered with pages planned to the wall. They look like handwritten letters. Was? Kann ich überhaupt abhauen? There's no point. It stopped ringing now. Well, if it was ringing at all. Oh. Ah. Damn. The door handle just came off in my hand. How am I gonna get out of here now? Mitzi? Mitzi, are you there? Mitzi, Mitzi, Mitzi. Mitzi. Careful now. What are we doing here? A broken mirror. Breaking mirrors. I tried that myself. It didn't cheer me up somehow. What a fancy chair. You usually see chairs like this one in posh hotels in the country. No, I'd rather not. It's quite dusty and I'm wearing black. But we're still so idle. Right. Great. Three sixes. The number of the beast. He probably keeps mutilated buddies of his victims here. On the other hand, I read once there was some other meaning to three sixes too. Something really innocent. I can't remember now. It was a long time ago and I've had other things on my mind. I'm going to turn it off. Even if I wanted to. The door knob is missing. Oh, such a coincidence. Oh, here. The power led is missing. Besides, I'm not that great with computers. I'll better leave it to Mitzi. then let's be brave and use this thing here. Mmm.